Von wo seid ihr und wie heisst ihr? Ich bin von Emica und heisst Frank Dommer. Und was ist der Hauptgrund, wieso ihr heute hier seid? Solidarität mit den Deutschen. Wir finden, das ist ein europäisches Problem, das hier stattfindet. Die Schweiz gehört auch zu Europa. Und die Bauern hier verstehen viele von den Regeln, die der Bund uns nicht mehr auferlegt. Und wie seid ihr zufrieden mit der Teilnehmerzahl heute? Das ist genau so, wie wir es erwartet haben. Ja, und vor allem Leute aus der Region, oder? Ja, nein, es ist breit gestreut. Ja, dann danke vielmals.